okay die jungs die ich nicht leiden kann okay wir sind schwächer geworden das sieht wieder aus nach dem fahrstuhl schacht es sind wieder kaiserliche wachen okay da sie es so wollen kriegen sie es so ich habe gerade echt ein problem mit dem aggro ziehen so wie es aussieht so na nicht wirklich nur ein ausdauer mehr hauptsächlich shit basher wieder na spinne keine spinne nur der aufzug das hier sieht aus wie ja die andere die falsche seite wahrscheinlich mal wieder oh das sind kaiserliche retter die jungs darf ich nicht auf die leichte schulter nehmen oh 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 so so du kriegst ein wein und eine wurst du bist recht angeschlagen und wir haben sowieso zu viel ressourcen so staffeln wir das mal ein bisschen ja da brauchen wir auf jeden fall zwei schlüssel die uns noch fehlen hier schon wieder gestampft verlassener ritter hm der raum ist leer das hier sieht mir auch wieder nach einer einwegwand aus also eine wand die ich nur wieder von der anderen seite öffnen kann goldener ritter mit kaiserlichen dienern kümmern wir uns erstmal um die hier die sehen nicht ganz so schlecht gelaunt aus und haben uns nicht mal bemerkt bis jetzt in toads ist zum glück nichts gut oh kaiserliche ritter kaiserliche ritter wollte ich eigentlich nicht zuerst anpissen aber egal mal so mehr heilung aber asp so klappt ganz okay jetzt kommen die boys und bringt meinen heiler und das ist nicht so schön okay ich versuche hasenfuß taktik und rennen um mein leben das hat sogar geklappt hier höre ich auf jeden fall knurren das könnte aber auch von oben oder unten kommen sie sind nur angepisst auf mich das war wieder meine heilerin diesmal sollte ich sie aber beide umhauen können bevor der tank drauf geht gut hast und ausdauer nicht wirklich toll waren die ja auch nicht automap hier dann gucken wir mal was haben wir verpasst das gebiet hier oben auf jeden fall hier haben wir noch nicht ganz aufgedeckt hier waren wir nicht drin was ist da hier war ein bisschen aufdecken würde ich mal sagen das klingt irgendwie nach boss raum und das ist halt der weg nach oben das wissen wir bereits hier gibt es auf jeden fall eine geheimtür ich weiß nicht mal was ich hier mit anfangen soll ach ja was mich gerade interessiert ist das hier ach ja da sind wir noch gar nicht runtergegangen stimmt zu den spinnen auch da geht es tief runter so Die Jungspinnen sind wirklich eher lächerlich. Allertrag ist gut. Rum und Würstchen sind auch gut. Ah, das sind zwei. Oh, die hintere kann spucken. So, das ist nicht sehr toll. Okay, so kann sie nicht mehr spucken. So kann sie es, also gehe ich dann doch um die Ecke. Und so kann sie immer noch um die Ecke spucken. Alter, echt jetzt. Das war mein Tank. Das ist nicht gut. Das war mein Tank. Okay. Wir rennen. Okay. Wir rennen. Bin eingerostet. Muss kein gut möglich sein. Oh, da ist sie ja schon wieder. Haut das Vieh bitte mal weg. Ich hätte noch treten sollen. Egal. Ich sollte lieber solche Heilungen verteilen, weil die geben mir auch wenigstens Mana zurück. Und ich kann sie stacken. Das Ding taugt nichts. Das Ding taugt nichts. So, hier sind sie rausgekommen. Tank kriegt neue Handschuhe. Die sind leider auch lila, aber... Das wusste ich jetzt, sie trägt immer noch, ähm... Stufe 1 Handschuhe. Da. Kann ich auf die drei Stärken verzichten? Ja, kann ich. Gut, 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 gut. Dann haben wir das hier auch erledigt. Na, gehe ich mal kurz zurück. Und decke hier noch komplett auf. Einfach der Vollständigkeit. Und da bleibt mir ja nicht mehr viel anderes übrig, als mich mit dem Ritter anzulegen. Weil da hoch gehe ich jetzt erst mal nicht zurück. Sagen wir nicht wissen, wo der Boss ist. Nein, das Ding hat nichts getaugt. War hier nicht noch ein anderer Trupp? Ja, da ist der andere Trupp. Ei, Vater. Ja, ich verstehe. Das war's für heute. Na gut, dass sie meinen Magier ausgescheidert haben, ist jetzt halb so wild. Ein Stärker ins Ausdorf für unseren Tank-Brenuier. Hm, ja. Äh, was für Serika? So, Serika, du haust die Dinger raus, du haust die Dinger raus, du haust das raus.